das spiel heißt mit schnabel grün du fängst jetzt an war mal ich muss die kartenherst noch mal mischen gut oder bisschen mischen vom letzten mal noch so und jetzt legst du eine karte auf was hast du oh bären klauen du darfst schon einen mitspieler bären klauen ich habe aber keine dann bin ich dran ich darf auch klauen du hast keine dann bist du wieder dran mit dem karten ziehen wie viele felder darfst du vor mit schnabel grün was machst du dann du holst dir die bäre dann bin ich dran zwei felder der plumpst rein wenn nachher keine bären auf einem platz sind aber das geht noch eine weile jetzt siehst du wieder eine karte eins wow wie viel hast du schon gesammelt drei prima zwei eins zwei dann bist du dran drei felder mit dem raben 1 2 3 ok dann kriegst du eine bäre jetzt hast du schon vier bären und du auch jetzt muss ich 1 2 3 glück gehabt dann bist du dran einfällt mit dem rahmen was macht es jetzt und wie musst du ihn retten den raben mit zwei bären jetzt ist der gerettet oder ja genau eins oh plumps und ich muss auch zwei drauflegen dann bist du dran da frisst du weg nein so was hast du jetzt hey du klaust mir ne bären super du darf mir einen klauen ne noch nicht schau ich hab drei ich darf drei felder vor 1 2 3 prima 2 1 2 oh plumps 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 oh oh zwei musst du nehmen er braucht nur zwei prima ja noch eine ja noch eine hast du und jetzt klaue ich dir eine ja noch hast du nicht verloren jetzt musst du karte ziehen drei 1 2 3 3 kannst du ihn retten nee ohje dann hast du verloren nein doch weil du hast keine bären und ich hab noch ich hab noch hier sechs bären diesmal hat der papa gewonnen du hast schon zweimal bei dem gewonnen und du hast das letzte mal einmal gewonnen dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020